Hallo! Berlin! Ja, was für Wahnsinn! Ich freue mich! Vielen Dank! Ah, schöne Menschen! Eine schöne Veranstaltung. Vielen, vielen Dank! Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann bei dieser wunderbaren Veranstaltung. Wirklich ganz im Ernst. Es ist mir große Ehre und es ist toll, so engagierte Menschen zu treffen, die sich kümmern ums Klima und um die Erde und die was machen wollen. Und ich muss natürlich sagen, das bringt halt alles nichts. Das ist nicht so die Message, die Eckart jetzt wollte, aber ich habe das erkannt. Das ist ja diese ganzen Bemühungen. Ja, ich meine, die Fakten sind klar. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das alles erzählt und so. Aber es ist so ein bisschen, wie wenn du versuchst, so einem Rudel goldenen Retriever Intervallfasten beizubringen. Die Hundebesitzer lachen, die wissen, wovon ich spreche. Es ist im Grunde nicht möglich, weil der Mensch in sich so eine komische Inkonsequenz hat. Also ich beobachte das so im Bekannten- und Freundeskreis. Also viele, ich würde sagen, die meisten Menschen gerade hierzulande sind sich einig, wenn sie sich den Zustand des Planeten angucken, jawoll, es muss sich was ändern. Aber da geht so im Kopf eine Klammer auf, aber doch nicht bei mir. Weil je näher die Veränderung an die eigene Haustür kommt, desto eher sagt man hier, Kinder, macht nicht auf. Ja, weil man ist so, man will das nicht. Es ist diese Inkonsequenz, man will sich Veränderung. Nichts hasst der Mensch mehr als Veränderung. Das kennt ihr zum Beispiel aus dem Büro. Wenn so neue Ideen eingebracht werden sollen. Ach na, das haben wir doch noch nie so gemacht. Ja, so wie es jetzt ist, ist es kacke. Aber wenn wir es anders machen, wird es bestimmt noch beschissener. Und beschissener ist beschissener als kacke, da lassen wir es lieber scheiße. Ja, aber so rettet man nichts. So kommt man zu nichts. Aber das muss man einfach verstehen und anerkennen und so annehmen. Sonst wird man kacke. Ich war auch mal total aktiv. Und ich versuche jetzt so meinen Zustand, es ist ein ganz komischer Zustand, ich versuche den zu bewerten nach dem Kübler-Ross-Modell. Ist das bekannt, das Kübler-Ross-Modell? Kübler-Ross, das kommt von diesem Ausspruch, man hat schon Pferde vor der Apotheke gekotzen sehen. Kübler-Ross. Ja. Ja, da haben die Germanisten heute Abend nochmal was gelernt. Ist ja auch wichtig. Ja. Sie können ruhig klatschen, wenn sie möchten. Ja, da hinten die Lehrer in Reihe sieben. Alle können doch mal helfen. Bitte, ich höre das Geräusch gerne. Bitte. Ja. Aber googelt das mal, da könnt ihr was über euch erfahren. Kübler-Ross-Modell, das handelt im Grunde davon, es gibt fünf Phasen, wie der Mensch mit Krisen im Leben umgeht. Also mit Trauer, mit Schicksalsschlägen und sowas. Ja, und die erste Phase ist das Leugnen. Da ist nix, da kann nix sein, da ist nix. Die zweite Phase ist der Zorn, wo du meinst. Doch, da ist was. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja frech halt, der Zorn. Dann die dritte Phase ist das Verhandeln. Man merkt so, ja, es ist was, aber liebes Schicksal, komm, da reden wir nochmal drüber. Irgendwie kriegen wir das hin. Komm, wir können das irgendwie klären, wir zwei. Wir kriegen es hin. Vierte Phase Verzweiflung. Oh Gott, das klappt alles nicht. Um Gottes Willen, was soll man machen? Und die fünfte Phase Akzeptanz, wo du sagst, oh ja. Und ich frage mich gerade, auf welcher Stufe mein Beitrag heute gerade stattfindet. Also ich habe das Gefühl, ich bin bei der Akzeptanz. Weil man muss sich das mal angucken, es ist hoffnungslos, wenn wir es noch nicht mal hinkriegen, ein generelles Tempolimit als eines der letzten Länder hier durchzukriegen, weil die Leute Tempolimit, ich habe das böse Wort schon gesagt, da kriegen eigentlich schon Puls. Ich sehe das so. Ja, ich habe einen Bekannten, der dreht durch, wenn ich sage, nur hier, lass uns mal übers Tempolimit drehen. Hör mir auf, bist du jetzt auch einer von dieser Verbotssekte? Ich will mit 400 Sachen über die A3 fahren. Aber du hast ja nur den alten Polo. Scheißegal. Ich will wissen, dass ich es könnte. Ja, wirklich so bis hier. Ja, du merkst doch, die Leute sind aggressiv. Guck und dann unterhältst du dich manchmal mit Leuten, die ein bisschen sachlicher argumentieren. Ich sage, Tobi, bitte, das bringt doch kaum was, das Tempolimit. Wo ich sage, okay, also das Klima ist nicht morgen gerettet durch ein Tempolimit und die Straßen sind nicht auf einmal sicherer und die Ruhe Situation ist nicht auf einmal geklärt. Aber es bringt für alles was. Und es wäre günstig und schnell zu haben, wenn man die Schilder findet. Aber kleiner Gruß an Volker Wissing, unseren Verkehrsminister. Volker Wissing, ich nenne ihn ja nur liebevoll den C3PO mit Verbrennungsmotor. Und letzten Endes ist es einfach so, dass die Leute, auch wenn sie mal so getriggert sind, auch weiter abdriften. Dann entwickeln sie in sich so ein ganz komisches Freiheitsgefühl. Bei Leuten, die ich eigentlich für vernünftig halte, die drehen durch. Hör mal auf, ich will meine Freiheiten behalte. Ich will mit dem Kreuzfahrtschiff über die Landstraße fahren und billiges Fleisch in Plastiktüten in die Natur schmeißen. Was solle mir hier dann in Deutschland eine Allein-of-the-Gut-Mensch mache? Solange die in China nicht in den Müll trenne, verbrenne ich meine alte Reife im Wald. Und ja, oh, das war ein bisschen. Was willst du da sagen? Was willst du denn da sagen? Außer, jo, ich hole meine Sommerreifen und fahre mit. Weil ich, weil ich, ich meine, es bringt dann zwar nichts, aber wenigstens brennt was. Ja, und das muss man einfach auch mal anerkennen. Bei allem Einsatz, den man bringt. Es ist so, vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass unsere Zeit auf diesem Planeten abgelaufen ist. Man mag das ja. Leute, die es sich leisten können, versuchen, diesen Planeten gerade zu verlassen. Ja, nehmen Sie hier. Nehmen Sie hier Branson oder Musk oder Bezos, ja. So in so Kreisen, wo du mit einer Yacht nicht mehr angeben kannst, kaufst du dir so eine Weltraumrakete. Es wurde übrigens aus der Union kolportiert. Friedrich Merz hätte nach gebrauchten UFOs gegoogelt. Aber das ist wirklich, die versuchen vom Planeten wegzukommen. Leute, die ultrareich sind, die viele Dinge hier auf dem, auf dem Planeten, viele Probleme, finanzieller Art, aus der Brieftasche bezahlen können. So ein Jeff Bezos, der könnte diese ganze Scheiße, die uns Andy Scheuer mit der Maut eingebrockt hat, könnte der aus der Brieftasche bezahlen. Ich würde mit dem einen Deal machen. Weißt du was? Du bezahlst das und dafür riechst du Scheuers Haupthaar. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Aber die wollen einfach weg, du merkst das. Ja, also auch so gerade Elon Musk, ja, der Gelegenheitssympath, der sich gerade um Kopf und Kragen twittert, ja, der, der hat ja, der will den Mars besiedeln. Super Idee, oder? Kein Sauerstoff, kein Wasser, aber Ladesäulen. Ich weiß, einigen fällt das schwer, das zu akzeptieren, aber vielleicht müssen wir verstehen, dass wir uns wirklich orientieren müssen in eine andere Welt, wie das neue Erde suchen müssen. Ja, hier haben wir alles kaputt gemacht und jetzt müssen wir vielleicht wirklich gucken, wo gehen wir jetzt hin. Vielleicht sind wir sowas wie interplanetare Mietnomaden. Und das ist jetzt für einige schwer zu ertragen, ihr merkt das gerade, für mich war das auch schwer zu ertragen. Aber wenn man den richtigen Soundtrack dazu hat, dann geht das eigentlich ganz gut. Die Menschheit steht am Abgrund. Lieber bei Zeiten nicht gewinnen, als knapp zu verlieren. Komm, wir geben auf und lassen dem Unheil seinen Lauf. Es wird endlich Zeit, um sich einzugestehen, dass die Menschheit dazu bestimmt ist und dazu gehen. Yeah! Stellt euch doch nur mal diesen Spaß vor, wenn jeder noch mal macht, was er so will. Dann gibt's Permafrost-Eis im Cocktail-Glas und bedrohte Tiere auf dem Grill. So ein Stückchen Orang-Uter würde ich noch nehmen. Es ist so bequem, sich nicht mehr zu ändern, denn nach der Apokalypse braucht man auch nicht mehr zu gendern. Komm, wir geben auf, endlich alle Hand in Hand. Stehen wir standhaft, wo der Wind der Veränderung weht. Und zeigen diese Blüftchen mal, dass es bei uns nicht weiter geht. Was kann ein Einzelner schon tun? Warum fängt nicht ein anderer an? Warum nicht noch mal das Leben leben und ordentlich Gumi geben? Komm, wir tragen noch mal Pelz und essen sechsmal täglich Fleisch. Wir nutzen Zahnstocher aus Elfenbein, dann schließt sich's im Bereich. Bevor die Menschheit untergeht, nehmen wir den Planeten noch mal ran. Und die Tassen aus dem Schrank, wir stoßen auf das Ende an. Mit Robbenblut! Komm, wir geben auf. Und nehmen die Folgen in Kauf. Aber vorher gehen wir ins Kabarett und lasst uns noch mal grafen. Denn was könnte schöner sein, als beim Untergang zu lachen. Komm, wir geben auf. Kommt alle mit, klatschen, das befreit. Komm, wir geben auf. Ich spürt ihr es schon. Komm, wir geben auf. 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 Uuuuuh Vielen Dank! Dankeschön! Tschüss!